So, hier haben wir unseren Bimbo, wie man sieht, ein kleines Mini-Format. Also sollte doch wohl schnell ein Körbchen irgendwo finden. Er ist ein aufgewecktes, freches Kerlchen, wunderbar verträglich mit den anderen, geht relativ gut schon an der Leine, möchte einfach wirklich laufen, die Welt entdecken, gerne eben mit einem Mundekumpel. Ansonsten, er wurde jetzt hier in Spanien mal vermittelt für eine kurze Zeit, ist wohl da mit den Katzen nicht klargekommen. Das war halt wieder der Abgabegrund. Wir werden aber nochmal einen Katzentest machen und auch ein Video dazu und gucken dann nochmal, ob es wirklich nicht geht oder ob einfach nur ein bisschen die Geduld fehlte. Ja, wie gesagt, also wirklich aufgeweckt, fröhlicher kleiner Kerl, mit dem man viel Spaß haben kann.